Wir, die Steuerberater Gerhard Bade und Myriam Thobe, setzen zusammen mit unserem Team auf hohe fachliche Kompetenz, großes Engagement sowie schnelle und zuverlässige Bearbeitung und Beratung. Ständige Fortbildung, neue Ideen und fortwährende Qualität ermöglichen uns eine persönliche und maßgeschneiderte Betreuung für Mandanten aller Branchen und Größen. Das Team der Kanzlei freut sich darauf, Sie kennenzulernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017